Heute lese ich »Ein Männlein steht im Walde« von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sagt, wer mag das Männlein sein, das da steht, im Wald allein, mit dem purpurroten Mäntelein. Das war »Ein Männlein steht im Walde«.